Musik 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 Sie haben Fremdwährungsrisiken aus Handelsgeschäften und suchen für diese eine Sicherung? Dabei möchten Sie bereits heute Kalkulationssicherheit erreichen, ohne dafür Ihre Flexibilität aufzugeben? Dann könnte die Devisenoption für Sie interessant sein. Und so funktioniert sie. Sie treffen mit der Commerzbank eine Vereinbarung und erwerben damit das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die beiden Währungen an einem festgelegten Termin in der Zukunft, dem Verfalltag, zu tauschen. Der Kurs, zu dem der Währungstausch stattfinden kann, der Basispreis, wird schon heute festgelegt. Als Käufer der Devisenoption zahlen Sie dafür eine Prämie. Notiert der Kassakurs am Verfalltag für Sie ungünstiger als der vereinbarte Basispreis, üben Sie die Option aus. Sie tauschen die beiden Währungen dann zum Basispreis. Notiert der Kassakurs am Verfalltag für Sie hingegen günstiger als der vereinbarte Basispreis, lassen Sie die Option verfallen. Sie können die beiden Währungen dann zum Kassakurs tauschen. Die Devisenoption hat für Sie den Vorteil, dass Sie den Kurs für den Währungstausch sichern und gleichzeitig an für Sie günstigen Kursentwicklungen partizipieren können, denn Sie sind nicht zum Währungstausch verpflichtet. Mit Abschluss der Devisenoption ergeben sich für Sie Chancen und Risiken. Zunächst betrachten wir die Chancen. Der festgelegte Basispreis bietet Ihnen Kalkulationssicherheit für Ihre Fremdwährungsposition. Notiert der Kassakurs am Verfalltag für Sie ungünstiger als der vereinbarte Basispreis, haben Sie das Recht, zum Basispreis zu tauschen. Notiert der Kassakurs am Verfalltag für Sie günstiger als der vereinbarte Basispreis, lassen Sie die Option verfallen. Sie unterliegen keiner Verpflichtung aus der Devisenoption und tauschen daher zum Kassakurs. Der Marktwert kann sich für Sie positiv entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung erhalten Sie eine Ausgleichszahlung. Und nun betrachten wir die Risiken. Sie müssen bei Abschluss eine Prämie zahlen. Die Option verfällt wertlos, wenn der Kassakurs am Verfalltag für Sie günstiger als der vereinbarte Basispreis notiert. Die von Ihnen geleistete Prämie wird nicht erstattet. Bei Geschäftsabschluss hat die Devisenoption einen aus Ihrer Sicht positiven Marktwert. Dieser ist jedoch geringer als die gezahlte Prämie. Der Marktwert kann sich für Sie negativ entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung erhalten Sie eine Ausgleichszahlung, die jedoch geringer ist als die gezahlte Prämie. Die Devisenoption ist alles in allem für Sie ein passendes Instrument, wenn Sie sowohl Kalkulationssicherheit als auch Partizipation an für Sie positiven Kursentwicklungen erreichen möchten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Devisenoption des ZDF für funk, 2017